Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge... Nein! Was war das denn? Ich wollte... Hallo tatsächlich, du kommst in der nächsten Ansage von Franzi, Doppelpunkt! Tego, 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 Tego! Wir machen alle Gegner, es geht jetzt los! Jetzt geht's ab! Abonniert jetzt rein! Und gebt dem Video einen Daumen nach oben! Einen Daumen hoch, hätte gut gepasst! Ja, Tego, 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 hey! Und wir machen alle weh! Ich hatte... Oh, wir haben einige dabei! Oh ja, hier sind Leute hinter uns! Aber die sind genau hinter uns! Zwei, drei Teams? Oh shit, ich bin tot! Alarm! Dreier Beste, Baby, Baby! Baby, Baby! Ah, Gegner, Baby, Baby! Vor mir! Knock! Und wo kam die Nate-Reiher? Von... hier! Bananas! Oh, ich sehe einen Fahrer auf Osten! Ganz weit hinten! Halt da gerade einmal... Ja! Oh, toll! Oh, shit! Ich kämpfe mich in eure Richtung! Wir haben zusammen gehört! Ach, du holst dich schon! Schön! Ja, ja, ja! Oh! Nice! Schön! Du hast die Panzerfaust, ne? Okay! Ah, scheiße, Munition! Oh nein! Was brauchst du? Äh, sieben da! Auf dem Dach ist einer! Vorsicht! Ja! Aua, aua, aua! Nein, nein, nein! Ich sehe nicht! Oh, der ist auf dem Dach über mir! Passt da! Ist tot! Schön! Schön, danke! Bitteschön! Was ist denn jetzt umgefallen? Ein Sack in China! Ein Sack heißt, es ist in China umgefallen. Irgendwann ist gerade irgendwas umgefallen. Alright! Uh! Kompi! Okay, haben wir hier noch Leute? I don't know. I don't know, man! Main vielleicht, ne? I don't know, man! Ja, Main wahrscheinlich, ja! Main ist wahrscheinlich... Ich bin ein Siebener, wenn ihr seht. Ich hab gar keinen Schluss-Reload. Hier ist, ähm... Hier ist, ne, Fünfer. Also ich hab, warte mal, ich hab jetzt... Die genommen, weil ich auch kein... Hab ich nicht! Es wurde mir geklaut! Entschuldigung! Ich hab elf Reload. Alles gut, ich find gleich was. Ich hab 83, ich kann jetzt die Hälfte geben, wenn du willst. Guck mal hier! Hier liegen drei Stacks. Okay, dann... Hier liegen auch nochmal drei Stacks. Wo ist der Drop? Wo ist der Drop? Oh, Nord-Osten ist der Drop! Ah, ich sag schon, vielen Dank für dein Prime! Ich sing für dich, wenn ich dran denke. Nord-Osten... Dreizehn und Halbjahre Follow? Was?! Stocki! Das kann nicht sein. Jaaa... Okay... Wieso gibt's da keine Red Dot? Kann aber noch was in der... Es kann noch was in... Oh, ich hab glaub ich kann noch eins gesehen, äh... Warte? Ja, kann noch was sein. Hier ist eins. Allblau. Red Dot. Danke. Red Dot. Thank you. Si, 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 Senior. Ich wollte noch ein Schmerzmittel. Liegen da auch noch? Die Schmerzen. Da wo das Schmerzmittel ist, am Ende liegt auch noch ein Schmerzen. Schmerzen. Den Reihersherzen. Danke sehr. Wir laufen grad zu den Airdrops, nur dass ihr zwei da Bescheid wisst. Ja, ja. Ich bin... Ich hab noch kein Loot. Wir begeiern schon. Autos links von uns, die fahren auch zu den Drops. Oh. Scheiße. Die sind schneller. Ja. Ja. Weitere müssen wir noch. Ich wurde... äh... reingelegt. Matteo jetzt sagen. Hier ist gar kein Schmerzmittel. Doch, ganz am Ende. Also... Ach, das andere Ende. Okay. Ach so, ja. Hier. Ja, verstehe. Du hast den Farbfilm vergessen. Geh noch ein Stück zurück, da ist noch einer. Kommt zurück. Michael. Der ist drüben auf der anderen Seite. Hier bei... Ja. Danke, Patti. Du hast den Farbfilm vergessen. Jetzt haben wir das Original, Alter. Kein. Mein Michael. Oh, die spielen alle Bowls, Mann. Ich auch, ich auch. Ich nicht. Also eigentlich nicht, aber ich muss jetzt eine spielen gerade. Ich hab ne Mini. Wo stehen sie denn genau? Dann könnte ich gegen Bolten. Äh... Zwei Leute bei grün oben. Ich push... Ich mach was richtig dummes jetzt. Warum sind die eigentlich nicht in den Main Terminal reingepuscht? Hatten jetzt schon drei Leute bei grün. Jaja, pass auf. Ich push die gerade. Die wissen nichts von mir. Die haben alle dreier Helme. Die kleinen Gaunatze. Das ist nicht gut. Gucken halt gemeinsam. Das ist ganz schlau. Ich bin noch. Smallie down. Ich hab einen Lock. Nice, 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 nice. Ich komme. ich möchte kein c4 oder muss auto geflippt hier ich weiß nicht warum ich irgendwie ganz toll hier ist noch eine mg3 drin ja dann oder willst du mach du du machst ja auch kills mit dem sechsfach auf der scheiß mg3 für die mini ja aber ich vertauschen wenn ich ein sr-kompi finde oder ihr für was für die mini gegen ar-kompi ja ich gebe dir einfach meinen weil ich habe aktuell eine k ok lass uns hier hinter der mauer das war hier in der mauer es geht ja noch eine exzente ausbrüche auch noch warum habe ich fünf oder ist ja munition dabei hier liegt noch eine grower wenn ihr die wollt ich glaube nicht mehr ich will die mal üben wieder jetzt brauche ich die eierkompi natürlich nicht mehr also falls ihr bock habt jetzt ist gut hier ach so wir sind center die rucksäcke sind kleiner geworden ne die sind kleiner geworden doch ich sehe das auch immer wieder du hast den fahrzeug mein michael achso ich habe die ganze zeit nur ein vierfach hier hat doch bestimmt einer noch ein sechsfach gehabt aber ein achtfach sogar ich habe auch nur ein vierer ich habe einfach ich übersehen du hast es übersehen ja glück für dich glück für dich du hast eben ein gedreht so sind wir beide gewinner ja ich weiß ich ja jetzt nicht ja noch ein drop für uns ja oh ne vielleicht doch dann nochmal kann er nicht auch nochmal drum ne double drop das wäre sehr nett dd ja genau jetzt genau jetzt genau jetzt wir müssen rüber ja 20 geht nicht nein ne nur das geflippte von denen hier ist über als die vier darin ey krass ja wir sollten auf jeden fall rüber wir sollten rüber wir können auch schwimmen haha naja dann würde ich sagen schwimmen wir hier rüber zu grün oder ja ja das ist besser als über die brücke zu laufen glaube ich das ist besser als über die brücke zu laufen alle schwimmflossen anziehen ne ich finde mit schwimmflossen schwimmen wie so das ist so krass man ist so schnell dann echt und dann wenn man eine weile mit schwimmflossen geflossen ist geflossen ist geflossen ist und danach die auszieht und dann nochmal schwimmt dann denkt man man ist man hat einen stein irgendwie dran gebunden weil man so langsam ist hm das erzähle ich aber aus der erfahrung die ich mit 14 gemacht habe hm hast du noch schwimmflossen getragen krass schwimmflossen sind doch die dinger mit denen man die man in den Füßen hat ja nicht die nicht die Flügel nicht die Flügel nicht die Flügel mit 14 hast du noch Schwimmflügel benutzt das wäre aber lustig ein sehr guter schwimmenmann ich war früher ein ganz doller schwimmenmann ein ganz doller schwimmenmann und jetzt nicht mehr ein doller schwimmenmann nee was wurde aus dem schwimmenmann ja weil in Berlin schwimmen gehen ist nicht schön einfach es ist einfach nicht schön Freibar hm ja das ist ja dann das Schlimmste noch also in in ah links im äh links im Wald sind zwei Leute grad gelandet mit dem Fallschirm ey Chef vielen Dank für neue Monate alter seht ihr die auch? da läuft einer bei grün gerade ich sehe gar nichts ich sehe gerade gar nichts sehe gar nichts sehr gut wir haben tauchen schmauchen sehr gut er läuft gerade hier Richtung Halle grün oh no äh das ist ein Problem äh das ist ein Problem bisschen ich gehe jetzt nicht mehr wahrscheinlich äh an der Mauer vor dem Haus und dann ist er wahrscheinlich in Richtung Haus reingelaufen ja gut dann würde ich sagen laufen einfach zusammen hoch an die Halle ran ja und killen einfach alle töten so siehts aus töten let's go ich würde gerne hier in das Bad gehen wo man Musik unter Wasser hört hören kann sowas gibts ja hier in Berlin kann man in Köln auch schick mal ein Linkchen schick mal Link schick mal Link ist immer so für alles ne schick mal Link ja es ist aber auch am einfachsten also ich würde sagen wir sollten zu grün da gehen in die Halle und von da aus einfach wenn die Zunge jetzt gleich nach unten springt dann bin ich richtig wütend dann schwimmen wir da rüber ach noch lacht hier so halb oh hier ist er wir laufen grad Richtung hab ihn stark wenn ihr Flasche habt dann lauft weiter Richtung Grün aber vielleicht sind dann deine Kumpels hier ich würde grad sagen seine Freunde müssten doch auch gleich hier kommen oder ja aber guck mal die Zone an die müssen gleich hier alle in unsere Richtung kommen stimmt das hat er das hat er schön gesagt er ist wie so ein Poet wenn er so klug kann nur ohne Reimen da ist noch ein Drop 2,30 boah der Arme der lief hier einfach nur oben oh hat den Fuddel gemacht Auto fährt auf uns zu markiert fährt zu grün gelb sind Leute weit weg auf der anderen Seite über die Brücke kommt ein Auto ja ja oh hit hab einen Knock oh der weiß nicht wie er wechselt schnell oh krass alter der Arme das ist echt traurig gut für uns gut für uns ich hab beschossen ja äh du wirst glaub ich von grün beschossen gelb von grün stehen nämlich auch welche grün ist glaub ich glaub es ist gelb ja ich hab Angst dass hinter uns die Leute jetzt kommen sind da immer noch auf Orange drinnen wenn die gleich rüber schwimmen dann kriegen die einen Drop an der Küste kriegen die nicht die laufen links raus die laufen zu grün maybe kommen die gleich auch noch über die Brücke bei uns oh Gott wieso spielt ihr eigentlich wieso spielt ihr alle so gerne eigentlich Bowls ich spiel die gar nicht gerne ich mag das also spielst du nicht gerne bei mir ist sie immer so tagesform abhängig oh ich spiel eigentlich ich spiel auf der ich spiel auf der oder DRAGONOV jetzt mal ja Dings üblich ein bisschen du hast den DRAGONOV die laufen jetzt wir sollten gleich gucken dass wir den so entlang spielen und dann Richtung grün so da runter ne oh der ist getackt noch einer läuft es sieht nun genug da wusch hallo und herzlich willkommen bei der Sache die wir gerade machen sorry ich muss mich jetzt konzentrieren aber liebste Grüße gehen raus wusch vielen vielen Dank herzlich willkommen was was war heute das Thema was war heute das Thema bei euch mein Michael ja so was ist was ist habe ich auch was verpasst zwei Leute grün die kommen gleich auf uns zu ist noch ein Dreierhelm jetzt drin oh awm wie nehm ich oh nein noch ein Dreierhelm oh ich will die Meter haben das waren mindestens 500 da stand glaube ich 300 oder wenn er stirbt wenn er stirbt dann siehst du es er ist aber nicht gestorben ach so er ist nicht gestorben er war ja nur gedaupt wow jetzt noch eine Farmers drin und Dreierhelm Dreierweste Dreierweste wo ist Dreier hier äh hier hier wir geben uns runter irgendwie hier oder was ist denn da runter gefallen das sind Drops ich sehe da Drops gerade runterkommen aber auch nicht auf ne 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 ja da läuft einer Der ist weg. Der hat sich weggeduckt. Die haben uns aber gesehen. Oha. Schönes Morty. Schönes Nate. Psychologin, die keine Psychologin ist, alles klar. Der ist auch schön, ich weiß. Was ist mit denen von gegenüber? Oh, ich werde beschossen von denen. Von blau. Die sind jetzt da. Auf gelb. Scheiße. Was passiert? Die sind aber da drüben. Oh, der hat wieder einen Hit. Der ist ein Botten. Das ist einer, der ist tot von gegenüber. Nice. Da hat noch irgendwas. Hier ist noch was. Hier läuft noch was. Ja, ja. Das ist ein Bot, der ist gleich tot. Ich darf an der AWM-Monie nicht so verschwinden eigentlich. Für so ein Quatsch. Für so ein Quatsch. Der stirbt gleich an der Zone. Quitschig Quatsch. Ja. Vorsicht, ne? Bei euch da vorne an der Küste sind Leute. Welche Küste meinst du? Also genau hier auf gelb ungefähr. Da ist noch eine Smoke. Aber waren die nicht dead oder waren das andere? Ne, da lebt noch was. Da lebt noch was. Ich sehe den. Wo sind denn alle anderen eigentlich? Rechts von uns. Da. Hier. Auf orange. Der ist aber noch nicht in der Zone gestorben, ne? Der eine. Ja, ne? Stimmt. Krass. Ohoho, der Hit. Aber es war kein K... Aua. Jetzt sind sie wütend. Ich bleib mal noch hier oben. Bis wir wissen, wo ich hin muss. Oh shit. Okay, ich hau ab. Von wo kriege ich? Vielleicht von blau, orange? Wahrscheinlich. Ja, hier Stein, Stein, Stein. Gilly Man. Seht ihr das? Die laufen bei grünen in eure Richtung. Seht ihr das? What? Einer ist im Auto. Oder hinterm Auto. Ich habe einen von grünen. Stark. Grün ist ein Team tot. Schön. Ich habe den geflasht, nur. Sag mal, schwimmt der von drüben? Vergeben muss noch was sein. Vielleicht schwimmt der von drüben. Der ist schon tot an der Zone. Ja, okay. Hier vorne bei grün ist was. Wie lange ist die Zone so? Mit dem blau, ne? Das nervt. Ja, aber auch die ist so lange schon so in der Größe. Oder ist die einfach nur immer bei uns gewesen? Die ist gerade noch mal kleiner geworden, aber die ist um uns herum kleiner geworden. Wir melden uns von grün. Wir waren sehr gut drin. Ich habe mal noch einen Blick auf Orange. Ja, Orange schießt wieder. Einer Nock von hinter oben. Hier, glaube ich, hinterm Stein. Schießt denn der? Ich gehe in die Richtung. Boah, der hat den geklaut. Vier Leute noch, ne? Oh, ich red beschossen. Ja, drüben Cross-Side sind zwei Leute. Wir müssen mit dem Auto, glaube ich, sogar rüber, ne? Ich bin schon in der Ridge. Auf dem Stein drauf, der Blau. Oh, der. What? Hä, da ist denn auch noch welche Scheiße? Ja, hier, hier bei Blau. Hat einen Hit, ist in die Smoke gelaufen hier. Ich komme gleich zu dir. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Scheiße. Ich bin tot, ich bin sick, Nock. Das Problem ist, dass ich nicht an den vorbeikomme. Sonst wäre ich jetzt da. Oh, der muss ja auflaufen. Ich glaube, wir haben den Solo jetzt. Sorry, Smallie. Ach, fuck. Ich habe einen Self-Rest. Okay, boy, versuche ich mal so lange. Oh, nein. Ich habe keine Smogs mehr, leider. In der Rechts geworfen noch. Einer hat Hit. Oh, noch einer im Auto, nein. Shit. Ach, shit. Schade, Mann. Schade. 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 Ja, Smallie, sorry. Aber ich wäre auch nicht mehr zu dir gekommen. Nee, 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 nee. Ich war tot, ich war tot. Nein, 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 nein. 1300. Können wir mal ganz kurz. 13. 16. 18 Kills, ne? Ja. Schade. Naja, tschüss YouTube. Naja, tschüss YouTube. Tschüss. Exactly.